Herzlich willkommen Leute zum fünften Teil bei From Zero to Hero im Themenbereich PFSense. Und heute ist glaube ich das Video der Videos, denn das ist das wichtigste Video aus dieser gesamten Reihe, würde ich sagen. Es geht um die Firewall-Regeln. Also, wer darf mit wem, wer darf Traffic rein, wer darf Traffic raus, wer darf welchen Traffic rein, welcher Traffic darf rein oder raus, in welchem Zustand und 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 und. Es dreht sich hier wirklich jetzt erstmal nur um die Regeln, um euch beizubringen, wie kannst du deiner Firewall beizubringen, zu sagen, wer darf denn eigentlich wohin kommunizieren und wie und wie häufig und wie lange, alles mögliche. Wir gucken uns das Ganze jetzt im Detail an. Nicht lang schlacken, Kopf in den Nacken, nee warte mal, das war ein anderes Thema, egal, wir gehen da mal rein. Da ist die PFSense und wir bewegen uns jetzt wirklich bitte nur oben in dem Reiter Firewall Rules. Das ist jetzt sozusagen wirklich das Fenster, worüber wir hier reden. Erstmal ganz wichtig, egal auf welchem Reiter ich glaube ich gerade großartig unterwegs bin, zumindest da, wo überall keine Regeln sind, steht auch schon mal unten drunter. Das ist wichtig und auch wichtig schon mal zu verstehen, was ist denn die Grundlage überhaupt. Ich glaube, jeglicher reinkommender Traffic auf diesem Interface wird momentan geblockt, solange hier noch gar keine Regel steht. Also solange irgendwo, egal welches Netz, Labor, IoT oder sonst was, solange keine Regel drin steht, wird jeglicher Traffic geblockt. Das Ganze gilt auch jetzt hier gerade aktuell auf meinem WAN-Interface. Wir müssen auch in diesem Video jetzt ein bisschen unterscheiden zwischen WAN und meinen normalen LAN-Netzwerken, also in meinem Fall LAN, Prod, Labor, IoT. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt erstmal absolut zu den Basics und bleiben mal bei dem Thema WAN. Am Ende sage ich euch nochmal zum Thema Floating etwas. Rein theoretisch, wenn wir es jetzt mal wirklich streng genommen sehen und du nichts zu Hause hostest oder sonst was, also dass du von außen her weder VPN noch irgendeinen Web-Server oder sonst was, wenn du von außen her einfach nicht erreichbar sein möchtest, kannst du dieses Video jetzt hier beenden und musst erstmal gar nichts tun. Gut, dann danke fürs Zusehen. Einen Spaß beiseite. Wir gehen wieder zurück, denn hier steht ja wirklich genau das, was du quasi ja machen willst. Du willst dich von außen her erstmal schützen. Die PFSense hat eine sehr, sehr gute Default-Konfiguration von Hause aus, um dich von außen von irgendwelchen lästigen Scheiße erstmal, wie soll ich sagen, zu schützen. Da ist es. Und um deinen ausgehenden Traffic, beziehungsweise den Antwort-Traffic, den du ja verursacht, also wenn du eine Webseite aufrufst, wie zum Beispiel jetzt hier die schröder-dennis.de. Dann passiert ja an deinem PC folgendes. Du sendest auf dem LAN-Port, hier Leute, über den LAN-Port, hier ist mein PC dran, über den LAN-Port zur PFSense im LAN-Netzwerk eine TCP-Frage. Das Ding sieht nur hier, ah, Routing-Tabelle. Alles klar, Routing-Tabelle, das kommt ja bei der PFSense an. Genau das, Routing-Tabelle, also Diagnose, Routes, guckt in die Routing-Tabelle, ja, alles klar, die IP-Adresse von schröder-dennis.de, die kenne ich nicht, also schicke ich das zu meinem Default-Gateway. Und mein Default-Gateway, ach, ist zufälligerweise das Interface namens IGC-0. Okay, alles klar, IGC-0 Interfaces, WAN-Interface, IGC-0, schwupp. Und schon haben wir jetzt den Weg hier geschlagen, dass ein Paket vom Bereich LAN in den Bereich WAN reingewandert ist und jetzt halt eben sozusagen einmal diese Firewall-Regel durchgearbeitet werden muss. Aber da wir ja ausgehenden Traffic, steht hier ja nicht, hier steht ja nichts von wegen ausgehenden Traffic, nicht verbieten, naja, dann wird er halt eben auch nicht geblockt. So, und jetzt kommen wir zum wichtigsten Part schon mal. Denkt immer dran, die PFSense ist eine Firewall, die sich sozusagen States von Verbindungen merkt. Das heißt, ihr habt es jetzt gerade in meinem Verlauf gehabt, ich rufe eine Webseite auf, damit wird eine TCP-Verbindung aufgebaut, ein State wird sich gemerkt, das merkt sich die PFSense. Und reinkommender Traffic als Antwortpakete zu meiner Anfrage ist damit ganz normal guter Traffic und geht dann natürlich auch ganz normal durch das WAN durch. Also, auf Mikrotik heißt das, oder es heißt generell überall so, related und established Traffic ist selbstverständlich erlaubt. Also, Antwortpakete gehen natürlich durch. Also, gehen wir wieder zurück. Wenn du quasi von außen her nicht erreichbar sein willst, außer deine Internetverbindung nutzen willst, musst du hier nichts tun. Okay, dann gehen wir einen Schritt weiter, aber ich werde den relativ schnell beenden. Wenn du jetzt dann sagst, alles klar, ich will ja von außen noch mein Web-Server und mein Dies und mein Jenes irgendwie alles erreichbar machen, dann trägst du das ohnehin selber gar nicht hier in dem Bereich WAN ein, sondern du trägst das selbstverständlich dahin, wo das hingehört, nämlich beim Nutting. Aber da gehe ich jetzt, deswegen sagte ich gerade, ich beende das jetzt relativ schnell, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, weil ich möchte zu Nutting natürlich auch explizit irgendwie ein Video zeigen. Deswegen, hier erstmal ein Cut, wenn du jetzt gerade hier bei diesem Video versuchst, die Informationen zu finden, wie mache ich von außen einen Dienst über die PFSense erreichbar. Das passiert natürlich hier ganz normal über ein NUT-Port-Forwarding nachher. Und ja, ein NUT trägt sich auch hier in die WAN-Regeln ein, aber dazu kommen wir dann mal später. Okay, dann lasst uns mal anfangen mit so ein paar Regeln. Also, ich gehe einfach mal in mein LAN-Netz da, wo jetzt hier mein schwarzes Kabel an diesem Ding hier angebunden ist, wo mein PC dran ist. Und wir gucken uns einfach mal die Default-Regeln hier erst einfach mal an, die ja standardgemäß reingepflanzt wurden, nachdem ich ja hier ganz normal gesagt habe, alles klar, IP-Adresse. Gehen wir diese Tabelle einfach mal so ein bisschen durch. So, hier vorne steht es so, und ich habe es gerade eben erwähnt, diese PFSense-Firewall arbeitet sozusagen mit States und merkt sich auch diese States. Ist auch vollkommen richtig. Und wenn man da draufklickt, dann kann man auch mit großem Zufall sogar diese States sehen, von wo nach wo eine Verbindung aufgebaut wird. Jetzt könnt ihr mal selber raten, welche IP-Adresse mein PC über dieses schwarze Kabel hier hat. So, hier, das ist ja hier mein PC dran. Und ihr guckt jetzt mal dahin, ihr dürft jetzt dreimal raten, ihr dürft es in die Kommentare schreiben, welche IP-Adresse mein PC hat und jetzt gerade eben versucht, auf die PFSense zuzugreifen. Ja, ihr habt recht gehabt, es ist die 5.5, das hat mein PC und da steht eindeutig auch hier unten drin, da wo meine Kamera ist, ja, established, established. Das ist halt eben diese offene Verbindung und die PFSense guckt sich natürlich mit dieser offenen Verbindung jetzt gleich in den Firewall-Regeln nichts weiter an. Musst du also auch nicht wieder 1.000 Millionen mal durchlaufen, denn der offene State ist bei der PFSense bekannt und muss halt eben dann nicht andauernd durch diese Firewall-Regeln durchlaufen. Und da gehen wir jetzt auch schon in den nächsten Step rein, ich erkläre gleich die Tabelle weiter, aber es fällt mir gerade eben ein. Wenn ein Datenpaket hier reinkommt, wird diese Tabelle genau so, wie sie da steht, abgearbeitet. Ja, ganz genau, das ist der richtige Wortlaut. Kommt jetzt von meinem PC im Netzwerk LAN ein Paket an, sozusagen, was vielleicht nicht irgendwie geswitcht wird, dazu komme ich auch gleich nochmal. Dann wird diese Tabelle abgearbeitet, bis etwas kommt, was matcht. Das heißt, bestes Beispiel, gehen wir mal durch, mein PC versucht jetzt eine Webseite im Internet zu erreichen. Dann kommt das jetzt hier ganz normal rein und arbeitet diese Tabelle durch. So, Protokoll, Source, Sternchen, Sternchen ist any, merken wir schon mal. Ja, würde passen. Destination, LAN-Adress. Nein, LAN-Adress ist das nicht. Hier die IP-Adresse von Schröder-Dennis.de, das ist nicht LAN-Adress. Äh, nee. Also, diese Tabellenzeile, abgehakt, nein, war sie schon mal nicht, sonst block ich weiter. Dann guckt man in die nächste Zeile, IPv4, ja, IPv4 war's, Source, kommt es aus dem LAN-Subnet, ja, aus dem LAN-Subnet kommt's raus und Rest ist alles Sternchen, also Sternchen-Destination heißt ja, äh, alles. Ja, also, na klar, diese Regel wäre die Regel, die besagt, ich darf aus dem Netzwerksegment LAN ins Warn-Netzwerk oder ins Warn-Netzwerk sozusagen erstmal kommunizieren, weil mein Datenpaket darf die Environment LAN verlassen. Hier ist das grüne Häkchen, wo drin steht Hello oder Pass, wenn du so willst, dass ich sozusagen Datenpakete raus in die weite Welt lassen kann. Und genau das will ich euch jetzt sofort auch zeigen, ich zeige euch auch gleich natürlich, wie man Regeln baut, aber alles eins nach dem anderen. Also, hier steht eindeutig PCs aus dem LAN-Subnetz, also diese 254 IP-Adressen, die wir irgendwie in diesem Netz, die wir vergeben haben, jetzt arbeiten darf, die dürfen hier, ja gut, grundsätzlich jetzt gerade eben überall hin kommunizieren. Völlig egal, der darf alles, das besagt die Regel, IPv4, alle aus diesem LAN-Subnetz darf alles erreichen. Ist auch vollkommen in Ordnung, mein LAN-Netzwerk darf ruhig so offen sein, ich darf überall hin kommunizieren. Das zeige ich euch jetzt, indem ich einfach mal, ich habe es eben schon mal getestet, einfach mal eine IP-Adresse namens 15.1 anpinge. Und das ist die IP-Adresse von dem Interface-Prot. Auch das zeige ich euch, schaut mal hier. Unter Prot seht ihr hier auch Enable Interface, ich scrolle mal runter, 15.1. Das heißt, ich darf über diese LAN-Regel, wo mein PC sich ja drin verbindet, und ihr seht auch schon, leider der State hat sich direkt geändert, seht ihr auch schon, dass ich das, ja, kommunizieren darf. Wir klicken da mal drauf und dann seht ihr auch schon, Protokoll ICMP, das ist ja nichts anderes als das, was wir hier tun. Wir pingen durch die Gegend, von meinem PC 5.5 zur 15.1. Das erlaubt, und das sehen wir auch sehr schön, hier im Bereich LAN, diese eine kleine Regel. Ah gut, dann würde ich sagen, damit wir einfach mal wirklich die Realität sehen, dann disablen wir diese Regel einfach mal. Also entweder ihr könnt hier einfach rechts auf dieses, ja, Disable-Symbol draufklicken. Ihr könnt aber auch einfach im Edit-Bereich, da gibt es das auch nochmal, hier gibt es als zweiten Menüpunkt hier oben einfach Disable-Syl-Rule. Aber natürlich, wenn man einfach nur was disablen möchte, dann nutzt man natürlich hier diesen schönen kleinen Shortcut und man sagt einfach mal Disable. Ja, auch immer ganz wichtig, ihr könnt viele Regeln ändern, 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 aber aktivieren und eure Änderungen, ja, aktivieren, macht ihr erst immer mit dem Klick oben auf Apply Changes. Naja gut, dann gucken wir doch einfach mal, was jetzt sich hier gerade getan hat. Also diese Regel sieht man jetzt, die ist hier bei mir so leicht ausgegraut erstmal. Dann gucken wir doch jetzt mal hier rein, so, Ping, 15.1 und ja, es geht erstmal gar nichts mehr. Ja, warum auch? Na klar, die Regel ist jetzt nicht mehr da. Also jetzt wieder, mein Datenpaket fließt vom LAN-Segment ins PROT-Segment. Also gucken wir mal hier drauf, erste Regel haben wir gesagt, nee, greift ja nicht. Die ist ja nicht die, die hier irgendwie mich das als Freigabe gibt. Nächste Regel, die ist ja disabled, okay, überspringbar, also die ist ja aus, alles klar. Dann kommt hier die nächste Regel, IPv6-Pakete vom LAN-Sub... Warte mal, stopp, IPv6, IPv6 haben wir doch noch gar nicht, ich habe gar keine IPv6-Adresse hier an meinem PC dran, außer das, was wir hier anpingen, ist gerade eine IPv4-Adresse, so. Und damit ist unsere Tabelle Ende und alles andere, was am Ende der Tabelle unten rausgekackt wird, wird einfach verworfen, beziehungsweise blockiert. Beziehungsweise eigentlich ist die richtige Begrifflichkeit droppen und nicht rejected oder sonst was, sondern es wird gedroppt. Also einfach nur, Paket kommt an, öh, nö, kann ich nicht mehr an, vergessen. Kein Antwortpaket, sondern es wird gedroppt. Das ist immer gut, wenn gedroppt wird, weil rejected-traffic, zeige ich euch auch gleich noch, rejected-traffic erhält immer sozusagen ein Antwortpaket. Aber ja, wir sehen, die Verbindung funktioniert nicht mehr und natürlich, was machen wir? Wir aktivieren mal eben kurz die Verbindung wieder, um dann sagen zu können, in Windeseile, dass jetzt hier gleich das nächstmögliche Paket wahrscheinlich wieder durchgehen wird, während ich rede, wie funktioniert das Ganze wieder. Und das ist das beste Beispiel, das man sehen kann, alles klar, wenn Datenverkehr das Netzwerk verlassen soll, muss es halt eben einmal durch die Regeln durch. Und jetzt komme ich auch schon zu einem der wichtigsten Dinge, was man nachvollziehen muss. Ihr müsst euch jetzt, jetzt müsst ihr einmal kurz zuhören. Das ist hier Traffic, der durch die Firewall durchgeht. Und jetzt einmal zuhören, Leute. Habe ich jetzt beispielsweise meinen PC hier an irgendeinem Switch dran, dann ist das quasi OSI-Schicht-Layer 2, glaube ich. 3 ist IP, 4 ist Port, OSI-Schicht-Layer 2, egal. Dann wird das Ganze geswitcht. Habe ich also hier einen Switch, wo mein PC drin steckt und ein anderer PC drin steckt, dann unterhalten die sich natürlich im selben Netzwerksegment. Die sind ja im selben LAN-Netz, im selben WLAN. Dann unterhalten die sich natürlich nicht über die Firewall, sondern die werden geswitcht, ganz einfach, weil die sich halt eben direkt über den Switch kennen. Also, was möchte ich euch damit sagen? Wenn ihr im selben Netzwerksegment-Bereich unterwegs seid, im selben Netzwerk, dann interessiert das im Endeffekt eigentlich die Firewallen-feuchten Furz, weil die Datenpakete werden halt ganz normal geswitcht, anstatt hier drüber über diese Kiste geroutet. Heißt auch, ich habe schon so viele, so viele, wie sagt man, Ziegenscheißen, ach, ist doch egal. Auf jeden Fall, wenn man jetzt hier irgendwas einrichten würde, der PC 5.5 darf mit dem PC 5.4 nicht kommunizieren, dann passiert da nix. Weil generell, in der Regel, wenn das Ganze über den Switch dann läuft, natürlich die Datenpakete ganz einfach über den Switch fließen, anstatt hier halt eben über die Firewall-Router. Denkt dran, dieses Ding macht eigentlich, ja, nichts anderes als Routing, mit der Begrifflichkeit eben dazu, dass jedes Datenpaket einmal halt eben durch PF, also durch die Firewall-Lösung, einmal durchgerast wird. Nun gut, jetzt haben wir das halt eben zumindest einmal gesagt, aber wir können das Ganze jetzt ja auch einfach mal einmal nachbauen, damit ihr das einfach mal seht. Also, Zustand aktuell, seht ihr ja, Ping funktioniert. Wir nehmen jetzt ja nochmal genau diese Regel und wir nehmen auch direkt mal diese IPv6-Regel und schießen die einfach mal zur Hölle. Hier hinter meiner Kamera ist so ein kleiner, cooler, roter Delete-Button, den drücken wir jetzt hier einfach mal, sagen, yes, hau mir diese beiden Regeln bitte zur Hölle und weg damit, apply changes. Denkt dran, löscht euch hier oben nicht die LAN-Address und 443-Port 80-Regel, sonst kommt ihr über das LAN-Interface hier an diese GUI nicht mehr dran. Ich wollte es nur nochmal zusätzlich erwähnt haben. Rein theoretisch, wenn ich jetzt hier mal wieder zurückgehe und hier mal wieder so ein bisschen Ping mache, okay, jetzt gerade macht das, wie schön, jetzt nicht mehr, müssen wir uns jetzt natürlich eine neue Regel bauen. Also, die bauen wir jetzt und sagen einfach mal add und jetzt gehen wir dieses Thema, wie baut man eigentlich eine Regel überhaupt auf, gehen wir jetzt einmal durch. Also, ich möchte jetzt gerade eben genau das, was wir jetzt gerade eben hier mit unserem Ping gemacht haben, möchte ich jetzt sozusagen nochmal als Freigabe machen. Also, was wollen wir? Also, erstmal wählt man hier oben eine Aktion aus. Das heißt, entweder wir lassen irgendwelche Datenpakete durch oder wir blockieren die. Achtet auf den Wortlaut. Blockieren heißt, Datenpaket kommt an, Datenpaket wird festgestellt, äh, ja, nee, du nicht, Kollege. Drop, also Block. Bei Block passiert nichts anderes. Datenpaket kommt an, guck mir das an. Nö, ich stelle fest. Ah, äh, darf der nicht. Und werft das Paket weg. Schickt kein Antwortpaket. Keins. Bei Reject wird festgestellt, äh, nee, also du darfst nicht, aber diese Antwort wird demjenigen auch als Reset- und Reject-Paket einfach zur Verfügung gestellt. Also, der antwortet dem Sender sozusagen auf sein Paket und sagt, äh, du nicht, du hast hier, ne. Das kann seine Vor- und Nachteile haben. In den meisten Fällen ist es einfacher, einfach einen Block zu haben. Aber es gibt auch Environments und Applications, die brauchen einfach einen Reject, dass es auf einmal heißt, nee, ist nicht. Aber generell ist eigentlich der richtige Weg zu sagen, Block, das spart einfach auch Traffic und das passt. So, ihr seht schon, das ganze Rule-Edit bzw. Rule-Add-Hinzufügen-Fenster ist so ein bisschen modular. Das heißt, man könnte auch hier jetzt noch das Interface ändern. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen ja jetzt LAN. Und genauso kommt jetzt hier die Frage nach, ja, wer denn? IPv4, IPv6? Oder soll die Regel für beide gelten? Sagen wir mal so. Gut, wir bewegen uns jetzt gerade erst mal nur im IPv4-Bereich. Also machen wir das Ganze mal. Jetzt gehen wir schon zum Protokoll. Ihr seht, die Liste ist lang. Jetzt müsst ihr euch natürlich im Klaren sein, ja, was ist denn das überhaupt hier, was ich hier so in der Regel kommuniziere? Also das, was ihr in der Regel kommuniziert, ist eigentlich ja TCP und UDP. Nehmen wir mal die Katze beim Sack. Das, was wir jetzt hier gerade machen, ist sozusagen ICMP. Also Ping. Also wollen wir hier sozusagen Ping machen. Wenn ihr mal nicht genauer Bescheid wisst, ich kann euch eigentlich jetzt hier nicht empfehlen, zu sagen, klickt dann einfach Any an, weil rein theoretisch, wenn ihr eine Firewall jetzt bedient und wirklich einzelne Verbindungen irgendwie freigeben wollt, blockieren oder was auch immer wollt, dann müsst ihr natürlich explizit nachgucken, welches Protokoll oder doch welches Protokoll, welche Verbindungsart sozusagen ist. Also zum Beispiel, wenn ich eine dödelige Webseite aufrufe, ja, was ist das? Eine TCP-Verbindung. In unserem Falle, habe ich gerade erwähnt, wir wollen ein bisschen durch die Gegend pingen, ist das ein ICMP-Paket. Jetzt gibt es natürlich noch so ein paar Abstufungen von dem ICMP-Subtyp. Da lassen wir jetzt erstmal Any drinstehen. Das wird, ihr seht schon, das wird das Ganze jetzt sprengen, was man nochmal alles filigran für den Typ ICMP ganz normal einstellen könnte. So, und jetzt kommen eigentlich schon die zwei wichtigsten Zeilen hier. Hier steht Source Destination. Von wo nach wo soll ich denn jetzt dieses Paket, wie wir hier gesagt haben, blockieren? Also eigentlich wollen wir ja auch freigeben, habe ich gerade gesagt. Wir wollen ja unseren Ping freigeben. Also, ist es relativ einfach. Wir können jetzt Folgendes machen. Wir können jetzt sagen, alles klar, nimm doch mal das gesamte LAN-Subnetz. Das würde jetzt sagen, alles klar, 122.168.5.x, also alle, alle Netze, alle IP-Adressen aus diesem gesamten Netz, was die PFSense hier kennt, das würde jetzt hier umfassen, LAN-Subnetz. Also wirklich diese gesamten IP-Adressen. Du kannst aber auch sagen, LAN-Adress, dann ist nur die PFSense gemeint. Also die 122.168.5.1. Das ist die LAN-Adress, sagt ja auch schon der Name. Ihr könnt jetzt aber auch einfach sagen, ne, ne, ich will nur, dass der eine PC hier, dieser blöde PC vom Schröder hier, dass der nur die Freigabe bekommt, um Ping zu machen, da und dahin. Alles klar. Kann man auch machen, indem du hier einfach sagst, Address, und trägst dann hier einfach eine Source-IP-Adresse rein. Also 122.168.5.5. Das ist ja hier mein PC, wie wir eben schon festgestellt haben. Und verstecken tut sich in diesem Address-Or-Alias, steht ja schon da, ne, versteckt sich auch sozusagen der Menüpunkt der Aliases. Das findet ihr hier oben über Firewall-Aliases. Ich klicke jetzt nicht drauf, so sind meine Einstellungen alle wieder weg. Da kann man Gruppierungen machen für IP-Adressen, für Namen, für URLs, ja, und so weiter, und so weiter. Da kann man Gruppierungen und auch Ports zusammenfassen, ne, 20 Ports zusammenfassen unter einem Namen, namens, keine Ahnung, wichtige Ports oder sowas. Und dann kann man hier in diesem Freifeld hier reintragen, wichtige Ports. Dann zählen alle diese 20 Ports, die man halt eben dort in diesem Alias drin versteckt hat. Oder natürlich auch IP-Adressen zum Beispiel. Gut, also wir sagen, wenn hier irgendein Datenpaket von der Source 5.5 kommt und ICMP spricht und IPv4, also ein IPv4-Paket das Ganze halt eben ist, dann, und jetzt kommen wir natürlich noch zur Destination, wohin soll denn das Ganze gehen? In unserem Falle ist es ja relativ easy peasy, haben wir ja festgestellt, wir wollen zur 15.1, also wieder ohne Ende Möglichkeiten. Wir können sagen Address, wir können die IP-Adresse hier eintragen. Wir können natürlich auch einfach sagen, alles klar, das ist die Prod-Adresse. Ich weiß nicht, bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das jetzt gleich gehen wird, aber die Prod-Adresse ist eigentlich die 15.1. Müsste also gehen. Oder wir sagen direkt, ganz alles klar, alle PCs aus dem gesamten LAN-Subnetz dürfen ins Prod-Subnetz irgendwie kommunizieren. Und das würde ich jetzt auch einfach mal vorschlagen, das machen wir. Also wir sagen, alle PCs, also nicht Address, sondern wir sagen natürlich LAN-Subnetz, alle PCs aus dem Bereich LAN dürfen erstmal generell eine Kommunikation aufbauen mit den Geräten in dem Subnetz namens Prod. Und zwar genau so, wie wir es gerade eben oben erwähnt haben, für den Protokolltyp ICMP mit der Address Family IPv4 auf dem Interface LAN mit der Aktion es darf Pass kommuniziert werden. Regelende. Bevor ich jetzt gleich hier unten in die Extra-Options nochmal ganz kurz reingehe, drücke ich jetzt erst einmal auf Save, um zu sehen, ob das Ganze jetzt funktioniert und wie ihr euch das Ganze jetzt hier anstellt. Also als allererstes sagen wir erstmal Apply Changes. So und genau das wird uns jetzt hier auch nochmal in der Schnellübersicht angezeigt. Also IPv4-Pakete mit dem Protokolltyp ICMP. Wenn das Ganze irgendwie aus dem LAN-Subnetz kommt und wir sind ja hier auch im Reiter LAN, ist ganz wichtig, sonst wird da kein Paket ankommen. Port ist erstmal jetzt völlig egal, haben wir Any stehen. Zur Destination Prot-Subnetz, damit sollte eigentlich alles gemeint sein, sollte, deswegen bin ich mir gerade ein bisschen unsicher, sollte alles da sein und es ist ein Häkchen dran namens Pass. Dann würde ich vorschlagen, wir gucken da einfach mal drauf. So und go. Alles klar. Ping funktioniert wieder, wir aktualisieren hier auch einfach mal und wie wir da auch wieder sehen, haben wir direkt schon wieder eine offene State, 5.5, 15.1, das Ganze funktioniert. Wir machen natürlich einmal den Rückwärtstest, indem wir nämlich jetzt hier direkt wieder hingehen und sagen, einmal disable diese Rule, apply changes. Wir gehen in unseren Test und wir gucken, ja, wir müssen den State neu machen wahrscheinlich. Oh, das geht wieder. Ach so, wegen dieser Hauptregel hier, dass du uns jetzt gerade durchlässt. Ja, ist okay. Aber was kann man denn jetzt noch machen? Also das war jetzt erstmal so der Grundgedanke, Leute. Ich weiß, das ist das Thema, womit ihr euch wirklich hin und her beschäftigen müsst. Aber erstmal nochmal, bevor ich gleich noch weitere Worte mache, bleiben wir erstmal nochmal bei den Regeln. Also da bin ich jetzt überall durchgegangen. Denkt dran, ihr müsst für jede einzelne Verbindung überlegen, wer darf wann, wie, wo, was, von wo, nach wo. Und wenn man auch noch genauer nehmen will, kann man auch für jeden Host sagen, natürlich welcher Port, welches Protokoll, das kann man hier alles filigran irgendwie, nicht irgendwie, kann man das Ganze hier einstellen. Das ändert sich auch, wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal einfach mal anklicke, TCP, dann seht ihr auch, dass hier unten sich die Source- und Destination-Felder natürlich ändern und ich explizit sagen kann, von welchem Source-Port zu welchem Destination-Port bis welchem Destination-Port und, 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 kann ich hier alles definieren. Also man kann es filigran sagen, von wo nach wo darf denn diese Verbindung dann jetzt erlaubt werden. Wenn wir aber unten mal in die Extra-Options gehen, da kann ich euch eigentlich mal einen Punkt empfehlen, der zu Troubleshooting-Zwecken, ganz wichtig Leute, zu Troubleshooting-Zwecken könnt ihr den sehr gerne einfach mal aktivieren und das ist hier dieser Lock-Packets. Da kann man nämlich genau sehen und da wird mit gelockt auch einfach, welche Datenpakete durch die PFSense durchfließen und diese Regel betreffen. Das wird dann nämlich im Lock ganz normal mitbeziffert beziehungsweise mit aufgelockt und dann kann man auch nachträglich sehen, ja, wo wird denn dieser Traffic halt eben blockiert, weil da sieht man ja sonst nicht, dass irgendwo, ja, Traffic blockiert wird. Ich mache das jetzt einfach mal an und wir klicken mal hier unten auf Advanced und da seht ihr schon, ab da wird es speziell und auch ein bisschen kriminell. Also wer möchte, der kann sogar wirklich in den Tiefen sagen, wie viele offene Verbindungen darf denn zum Beispiel diese eine Regel haben. Also als bestes Beispiel mal, ich kann jetzt hier einfach mal sagen, bei Max States drei, dann dürfen in Summe wirklich drei PCs vom LAN-Netz ins Prod-Netz dürfen dann eine ICMP-Verbindung aufbauen und beim vierten wird die Verbindung, weil die Bedingung ist ja nicht mehr erfüllt, wird dann nicht mehr passed, sondern dropped, weil halt eben meine Bedingungen, die ich ja gesetzt habe, einfach nicht mehr matching sind. Und ihr seht schon, das ist halt alles deutlich mehr, also nicht nur Max Connection, sondern Source States Connection Rate, also ihr könnt sagen, wie schnell dürfen diese Verbindungen sein und und und, ihr seht, ihr könnt sogar TCP-Flags setzen, ihr könnt WLAN-Prioritäten setzen, ihr könnt aber auch zum Beispiel sagen, mit einem Scheduler, alles klar, pingen ist erlaubt, von 8 Uhr morgens bis 17 Uhr nachmittags, danach nicht mehr, kann man machen, also man kann wirklich einen Scheduler, den man vorher einmal definiert hat, mit einem Timestamp, kann man sagen, alles klar, wirklich nur, wirklich, von 8 Uhr morgens bis 17 Uhr, alles klar, darf man pingen, zu jeglichen anderen Zeit nicht mehr. Aber wie gesagt, das sind jetzt schon wieder Spezialregeln, damit solltet ihr euch dann vielleicht dann auseinandersetzen, wenn es dann irgendwie soweit ist, generell braucht man erstmal hier unten diese ganzen Advanced Options erstmal nicht, außer wie gesagt, ich hab's eben gesagt, dann wird's ein bisschen mehr kriminell. So, jetzt hab ich gerade erstmal die Regel wieder aktiviert, damit sollte jetzt der hier gleich auch mal wieder lau... Ach nee, sollte eher nicht. Und warum soll's nicht gehen? Natürlich, ich hab, muss jetzt gerade erstmal selber gucken, hab wieder die Fische vor der Augen gehabt, weil ich hier eben TCP ausgewählt habe und Ping geht natürlich über, ihr habt recht, über ICMP. Also, wir safen das Ganze wieder und sagen Apply. Und dann geht auch wieder ganz normal unser Ping, denn wenn man's richtig macht, dann funktioniert das Ganze auch. Genau, und so müsst ihr euch jetzt halt nach und nach für eure Netze halt eben so ein bisschen durchkämpfen. Erstmal Leute, generell denkt dran, euer Traffic, der bei euch zu Hause erstmal läuft, ist ja grundsätzlich nicht gefährlich. Aber wenn ihr jetzt sowas anfangen wollt, wie ihr schließt jetzt, wie ich's euch schon ein paar Mal sagte, irgendwie IoT-Traffic erstmal in sich ein, damit die nicht weiter kommunizieren können, dann braucht ihr hier nichts weiter tun. Aber es kann aber auch genauso gut sein, dass ihr zum Beispiel einfach mal sagt oder explizit sagen möchtet, irgendwie, ja, IoT-Pakete dürfen nicht beantwortet werden, dann könnt ihr das hier natürlich als Regel setzen. Ich gebe euch aber generell jetzt einfach mal als Hausaufgabe mit, weil das da lernt man nicht von heute auf morgen, da lernt man immer nur mit auf Fresse fallen und irgendwas geht wieder nicht. Das ist normal. Glaubt mir, Leute, bitte vertagt nicht da dran oder wie auch immer, nee, wie sagt man, ach, egal. Das Ganze braucht seine Zeit, um wirklich alles zu sehen und warum geht wieder nicht? Völlig normal. Man muss 473 Mal und zwar ganz genau auf die Fresse gefallen sein und mal wieder von A nach B nicht kommunizieren können, bevor man das da wirklich einmal komplett irgendwie kapiert hat und die Regeln mit In- und Out-Traffic halt eben irgendwie geschnallert hat. Aber genau hier habe ich gerade ein Keyword gesagt, In- und Out. Und das ist zum Beispiel auch der Unterschied, wie es halt eben von, ja, PFSense und OpenSense ist. Weil da kann man ja auch auswählen mit In- und Out und mich verwirrt das immer wieder. Habt ihr das hier gesehen? Nein, ich habe das hier auch nicht gesehen. Wenn ich hier nämlich auf Add klicke, dann kann man nämlich inner schön sagen, von, äh, gibt es kein In- und Out, sondern man kann hier einfach feststellen, um welche Pakete handelt es sich und nämlich zwar immer um dieses Interface-Type. Hier steht auch, Choose Interface from which package must come to match this rule. Also von wo das Paket kommt und nichts mit In- und Out oder sonst was und dann halt eben erst Matching of Source und Destination. Das finde ich, das macht es hier in der Pave Sense einfach einfacher. Also das Paket muss aus diesem Kabel hier, aus diesem Scheißkabel, was ich hier dran mache, muss von da irgendwie kommen, sonst kann diese sowieso, diese Rule halt einfach nicht greifen. Naja, okay, wie gesagt, ihr müsst euch da so ein bisschen durcharbeiten. Aber jetzt habe ich gesagt, jetzt gibt es noch einmal ganz kurz ein bisschen Bonus-Material und das ist hier zum Beispiel, wie ich eben schon mal sagte, diese Floating-Regel. Floating-Regel ist folgendes, wird genauso behandelt, wie alle anderen Netze hier auch, allerdings mit einem Unterschied. Wenn ich nämlich jetzt hier mal auf Add klicke, könnt ihr nicht nur ein Interface auswählen, sondern ihr könnt viele Interfaces auswählen. Heißt auch, ich kann jetzt hier sagen, alles klar, in LAN, in Port, in Labor, in IoT, darf erlaubt werden und zwar in jegliche Richtung, hier darf man es dann jetzt ja mal auswählen, weil ich habe ja mehrere Netze, darf in jede Richtung ICMP, also Ping von, sagen wir jetzt einfach mal, Any to Any, weil die dürfen jetzt aber wirklich überall hin pingen auf diesen vier Netzen, darf von Any to Any, Any mit Ping, mit V4, in all diesen Netzen, darf, hier oben steht Pass, gepingt werden. Also drücken wir jetzt hier einfach mal auf Save und sagen Apply. Okay, damit wir das Ganze jetzt ausprobieren, gehe ich natürlich hin, gehen wir auf LAN, nehmen wir hier diese Regel, disable hier diese Regel, einfach mal, was hat er jetzt gemacht, disable diese Regel, Apply Changes, so LAN weg, Floating-Regel da, Floating-Regel sagt, ja ja, alles klar, von da nach da, mit Any to Any, IPv4, ICMP, alles klar, go, gut, wunderbar, funktioniert auch. Also ihr seht, ihr könnt mit Floating-Regeln Regeln schaffen, aber immer vorsichtig mit Floating-Regeln, da seht ihr auch wieder, da ist wieder der State, die Floating-Regel hat gegriffen, kann man immer schön sich, ja wie soll ich sagen, Regeln bauen, die natürlich für viele, 1 zu N oder N zu 1, aber wie auch immer was, Regeln halt eben gelten, aber immer Vorsicht, damit kann man sich auch gerne mal relativ schnell ein offenes Loch bauen, weil es nämlich auf einmal heißt, alles klar, man kann doch schon von sehr vielen zu sehr vielen Interfaces irgendwelche, ja Pakete durch die Gegend senden, deswegen sage ich extra Vorsicht, aber dafür sind sie da, um auf mehreren Interfacen gleiche Regeln ganz normal abzuarbeiten. So, was gibt es noch? Bonusmaterial so ein bisschen, Leute, also ihr könnt natürlich, wenn ihr mehrere Regeln habt, ihr könnt die hier hinten mit dem Anker, kann man zum Beispiel Regeln verschieben, also ihr seht schon, ihr braucht nur packen und dann könnt ihr die Regeln hier hin und her schieben, gut, da oben die Anti-Lockout-Rule, die kann ich jetzt nicht anpacken, geht jetzt gerade eben nicht, aber wenn ihr jetzt mehrere Regeln habt, komm, wir bauen mal eben eine, Pass, bla bla bla, wir sagen einfach Save, Scheiß drauf, Apply, kann man hier mit dem Anker hier Regeln hin und her schieben. Ich habe es ja eben schon mal erwähnt, der arbeitet sozusagen den tabellarischen Weg ab und genau so ist das auch ganz häufig sehr, sehr wichtig, dass man Regeln in einer richtigen Reihenfolge hat, weil es kommt ja immer darauf an, man stuft ja immer weiter ab, wer darf was, wer darf was nicht und dann kann man Regeln halt ganz einfach abstufen, abstufend aufbauen, bis die unten nur noch ganz filigran werden oder andersrum, oben filigrane und unten dann halt eben sozusagen die, 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 die Master-Rule, wo drinsteht, alles Block. Aber auch hier, Additional-Information, Leute, baut sozusagen die Regeln so, dass der viel, der meiste Traffic in einer der ersten Regeln natürlich erlaubt wird, weil, wieso, wenn ein Paket reinkommt und natürlich jetzt hier durch die Firewall fließen muss und erst mal 783 Regeln durchfließen muss, bevor unten dann steht auf einmal, ja, ja, du darfst, ist das schlecht. Wenn das hier der meiste Traffic ist, das von A nach B kommuniziert werden darf, dann sollte diese Regel gerne ruhig weit oben stehen, damit nicht das komplette Ruleset abgearbeitet werden muss. Ja, ansonsten, was haben wir noch? Wir haben natürlich noch hier den schönen Edit-Button, wir haben den schönen, schönen Copy-Button, also wir können einfach direkt eine Regel kopieren und nur eine Kleinigkeit irgendwie ändern und wie ich eben erwähnt hatte, hier mit diesem ICMP-LAN-Subnetz taucht hier links auch so ein kleines Symbolchen auf, das sagt jetzt, der Traffic ist lockt und den Lock erreicht ihr hier oben über das passende Symbolchen hier oben rechts, da kommt man nämlich in den PFSense-Lock rein, da steht natürlich jetzt alles drin, was wird von wo nach wo, wie, wo irgendwie geblockt, zumindest, wenn es mitgelockt wird. Naja gut, so Leute, wie ich eingangs schon sagte, ab jetzt müsst ihr euch da halt einfach mal so ein bisschen durchkämpfen. Last warnt natürlich erstmal geschlossen, wenn ihr was aufmachen wollt, habe ich erwähnt, dafür gibt es das Nothing. Aber ansonsten gebe ich euch den letzten, ich gebe euch jetzt den Tipp nochmal, schließt in euer LAN und in euer Prod oder wie auch immer eure Netze heißen erstmal zwei Geräte an. Auf der einen Seite ein PC, auf der anderen Seite ein Raspberry Pi, scheißegal und versucht euch erstmal mit diesen Regeln aus, um das Verhalten kennenzulernen, wenn Verbindungen über die PFSense laufen, um einfach zu sehen und zu verstehen, wann, wie, wo wird denn eine Verbindung behandelt, um auch zu sehen, wenn eine bereits offene State Full, PFSense habe ich erwähnt, habt ihr in diesem Video gelernt, eine offene Verbindung besteht, dass diese Verbindung erstmal offen bestehen bleibt, solange sozusagen States resettet werden. Das habe ich euch gar nicht gezeigt, aber das zeige ich euch sehr gerne, indem ihr nämlich hier auf die States geht. Da gibt es nämlich hier innen drin ein Knöpfchen hier oben, das heißt nämlich Reset States, da kann man mit einem Klick hier, Reset the Firewall State Table, kann man die einmal komplett resetten, damit werden nur die offenen Verbindungen einmal klack, gekillt und gelöscht. Und ihr seht schon, mein Browser lädt sich jetzt gerade einen Toten, weil er nämlich jetzt gerade zur PFSense geht und sagt, ey, wo ist meine Session, Kollege? Hallo? Wo ist meine Session? Hä? Und der Browser, wo ist meine Session? Ja, natürlich. Wir haben gerade eben die Firewall State Table gekillt, das heißt auch natürlich, also die komplette Table, auch die Verbindung, die wir jetzt gerade zur GUI haben. Trotzdem natürlich, wenn ich jetzt hier einmal irgendwo so ein bisschen rumklicke, wird er jetzt gleich eine neue Verbindung nach einer Timeout Time ganz normal aufbauen, dann ist natürlich der State, also mein Related und Established, ihr seht's, ganz normal wieder da. So Leute, das war jetzt, keine Ahnung, über eine halbe Stunde Masterinformationen nur zum Thema Firewall PFSense Regeln. Ich hab's eben gesagt, probiert euch aus und ich würde sagen, wenn ihr noch mehr wisst, wenn ihr noch besser wisst und da gibt's noch so viel mehr, haut's bitte hier unten in die Kommentare. Ansonsten, wie immer, großer Tipp, kommt auf meinen Discord oder schreibt ins Forum, wenn ihr irgendwelche Probleme habt. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Teil. Macht's gut. Ciao. choreography